Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Leslie und zwar dem Effekt Double Bomber, dem Artikel meinte ich. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich den gekauft bei der Postenbörse für 2,99 Euro. Hier steht schon drauf, Knallkette mit Doppelfinale. Auf dem Prospekt wurde das damit beworben, dass hier zwei Knallketten enthalten sind oder so ein Zweierset ist. Das ist aber falsch, denn die Knallkette selber, die brennt ziemlich lange, die knistert so und dann geht's hoch und dann sind hier ganz viele Packet Cracker drin, ganz kleine und die zünden auf Schlag. Das heißt, ihr dürft gespannt sein, wem das zu langweilig ist, der kann ein bisschen vorspulen, dann die Knallkette bis die oben ist, das dauert echt ein bisschen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung. Ob ich jetzt schnell noch die NEM finde, das ist jetzt die Frage. Yo, 80,5 Gramm für diese fetten Teile. Alles klar, dann mal viel Spaß. So, Leslie Double Bomber, ich würde sagen, ich packe das Ding mal aus hier. Das ist hier so, ach, das ist hier festgeklebt, okay. Alter, ist das Ding lang? Hier muss noch irgendwo so eine Schlaufe sein, ja hier, haben wir eine Schlaufe. Dann suchen wir uns mal einen geeigneten Baum. Willst du ein bisschen einen Baum klettern? Ja, ehrlich gesagt ungerne, aber wir müssen jetzt hier ein bisschen was suchen. Kurzer Cut und dann geht's sofort weiter. So, Leslie Double Bomber, wir haben eine Position gefunden. Die haben 80,5 Gramm NEM. Das kann jetzt ein bisschen dauern, wem das so langweilig wird, der kann auch gerne skippen. Aber schaut euch unbedingt das Finale an, die sind richtig krass. Los geht's. 2,99 bei der Postenbörse. 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 Abgefahren. Crazy, echt crazy. Heftig, voll lange geht das Teil, ne? Geiles Teil, ey. Wie es aussieht. Guck mal, wie das hier drin aussieht. Abgefahren. Danke fürs Zuschauen. Alter! Ja, äh, nicht zu nah rangehen, ne? Ist fast in meinem Mund geflogen. Okay, ich entferne mich jetzt mal wieder.